Innovativ, zukunftsorientiert und energieeffizient. Die Abteilung Digital Solutions der Salzburg AG arbeitet tagtäglich an der Entwicklung von nachhaltigen Produkten und leistet somit einen wichtigen Beitrag für die Energiewende. Wir kümmern uns in der gesamten Abteilung, innovative, nachhaltige Produkte auf den Markt zu bringen. Das heißt, es ist tatsächlich unsere tägliche Arbeit, zu überlegen, welche Produkte können wir wie ausgestalten, damit wir am Markt unser Unternehmen gut platzieren können. Ein zweites Thema, das ganz zentral ist, ist, dass wir damit auch Kunden begeistern möchten. Ein Beispiel dieser innovativen Produkte ist Enox Share, eine Plattform zur Gründung und Verwaltung für Energiegemeinschaften. Die Expertinnen und Experten der Abteilung haben dieses Produkt entworfen und somit Energiegemeinschaften ermöglicht. Egal ob Gemeinden, Unternehmen oder Privatpersonen, Energiegemeinschaften ermöglichen die Erzeugung und Nutzung von Strom über die eigenen Grundstücksgrenzen hinweg und sind somit ein weiterer Schritt in Richtung Dekarbonisierung. Meine Aufgabe ist es eben, die gesamte Produktpalette rund um Enox zu betrachten und auch Synergien teamübergreifend und produktübergreifend zu identifizieren. Und zusätzlich sind meine Aufgaben auch sehr abwechslungsreich im Sinne von, es ist sehr abhängig von dem Produktlebenszyklus, in dem sich eben das Produkt befindet. Einerseits starten wir natürlich mit der Visionsgestaltung ganz am Anfang bis hin dann über die Wertschöpfungskette und die Identifikation der Wertschöpfungskette eben dahinter, bis hin eben dann auch zur finanziellen Betrachtung von dem Ganzen, also finanzielle Berechnung dann dahinter. Das bunt gemischte Team mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus unterschiedlichen Ländern nutzt als Abteilungssprache Englisch. Unser sehr großfunktionales Team besteht aus ganz vielen verschiedenen Experten, hat natürlich jeden Tag die Aufgabe, diese Produkte weiter zu schieben und muss natürlich auch, wie es natürlich in innovativen Themen einfach immer der Fall ist, auch Rückschläge verkraften. Das heißt, unsere Mitarbeiter, und darauf legen wir sehr, sehr viel Wert, können sehr gut mit Veränderung umgehen, können sehr gut mit Selbstmotivation umgehen. Umso mehr, wenn wir dann natürlich einen Durchbruch schaffen und wenn wir es schaffen, ein Produkt marktreif zu bekommen, ist natürlich die Freude umso größer. Es ist tatsächlich statistisch bewiesen, dass 95 Prozent der innovativen Ideen es nie zur Marktreife schaffen. Aus diesem Grund ist es tatsächlich so, dass wir in unserem Team sehr viel Durchhaltevermögen, sehr viel Neuanfang und sehr viel Motivation benötigen, um die Produkte, die dann funktionieren, täglich auch weiter zu schieben und dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Verschiedene Herausforderungen und ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag sind in dieser Abteilung garantiert. Wir haben wirklich super Experten, Product Owner, wir haben auch ein agiles Team, das uns bei unterschiedlichsten Tätigkeiten unterstützt und wir arbeiten alle auch gemeinsam mit den Führungskräften auf Augenhöhe und das macht wirklich Spaß. Zusätzlich natürlich auch der abwechslungsreiche Job. Es wird nie fad, es ist nie monoton und das ist super, aber das Größte oder das, was am meisten Spaß macht, ist wirklich das, dass wir an einem Purpose arbeiten und zwar unsere Produkte haben alle eine sehr, sehr hohe Sinnhaftigkeit dahinter und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Wenn Sie Lust auf einen Job in der Salzburg AG haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at www.salzburg-ag.at